Nicely done. Da hat er geklatscht. Da hat er geklatscht. I need to use your drone to locate a bomb. Ja, das hatten sie ja schon erfolgreich verteidigt. Also unten. Ja, das hat er geklatscht. Okay, ich gehe wieder hoch und gucke mal, ob ich was picken kann. Okay. Oh. Ich glaube einer ist in der Halle. Muss ja. Sonst hätte es meinen Body da ja gerade nicht zerrissen. Mit dem Tresen vielleicht. Ja, von hier sehe ich nichts. Das ist ne Vase. God, ne Vase. Ich bin auf ne Vase reingefallen. Ich bin auf ne Vase reingefallen. Also fast. Fine, fine. Ich bin auf ne Vase reingefallen. 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 Okay. Okay. Down, right there, right there. Loading, Mac. Still down. The diffuser is now secured. Use clear now. Diffuser is online and active. I'm going to play now. Friendly last operator. Man! On the left, behind you, behind you. Nicely done, Dirk. Nicely done. Ich hätte nicht... ...worten sollen. Fuckin' corruptionless. ... 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 Da oben Haben sie gut gemacht, muss man ihnen ja lassen Na ja, ich hätte natürlich gleich auf Neues Match, aber jetzt will ich erstmal Ne, ich will nämlich erstmal noch den Rook Der braucht bei mir noch einen Visier Und ich komme nicht wirklich mit der klar Ist das ein großes Verbrechen, wenn man die Submachine-Gun stattdessen nimmt? Ich glaube nicht Ja gut, da hat es keinen Sinn mit dem Schilddämpfer zu spielen, ne? Bin ich eh on point, also Brauche ich da keinen Schilddämpfer Ich habe irgendwie das Gefühl mit einer Impact-Renade Ist es besser als mit dem Schild Ich komme mit diesen ganzen passiven Sachen nicht klar So, nächstes Was wäre dann? Match Nummer 3 Mal irgendwann gucken, dass ich meinen eigenen Account wieder finde Dann kann ich den auch noch ranken Aber ich finde das Passwort und die E-Mail-Adresse, die ich dafür benutzt habe, nicht mehr Wir sehen ja ganz gut aus, ne? Ich habe nochmal Okay, also Ich kann die E-Mail-Adresse, die wir sehen Und dann auch Und dann auch Und dann auch Tito bei der Bar ich glaube ich bin genau in der Q drin mit den ganzen Leuten auch alle wir jetzt wieder kommen quasi oh juhu nein ja 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 wir können noch drei andere Leute oder zwei andere Leute kriegen können, ne? Alter, wo schießt du denn hin, Junge? Oh Mann. Soll ich docken, oder pullen? Ja, ich hab hier. Oder hoffen. Soll ich docken, oder pullen? Nimm ich Puls. Ich geh definitiv lieber Roman, als dass ich Anchor spiele, aber ich versuch's immer ein bisschen. Wir müssen den Biohazard Containern. Wir müssen den Biohazard Containern. Danke. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020